einen wunderschönen guten tag gestern war ich mit meiner familie in regensburg wer mich auf facebook verfolgt weiß das ja deswegen habe ich türchen 14 nicht öffnen können oder filmen können das ist echt hammer geiler oder glitzer nagellack so richtig in center style also den werde ich auf jeden fall auch benutzen in der farbe ruby slippers also ich hätte eher center dazu gesagt aber gut das war in türchen nummer 14 und heute öffne ich mit euch türchen nummer 15 und türchen nummer 15 findet sich hier leute wir haben immer viele türchen vor uns traurig aber wahr gut ich werde den jetzt mal so sehr gut verpackt ich krieg es in die raus eine nagelfeile ist mal wieder der komplette flop weg kann weg ich habe nämlich sich noch gefallen und noch schönere dazu war ein totaler flop der nagellack von gestern allerdings war top hey das hat sich gereimt okay ja super mal abwarten was morgen im türchen drin ist ich werde es morgen mit euch aufmachen ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes wochenende und wir sehen